Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Dying Light 2 und dieses Mal eine weitere Windmühle. So, wir befinden uns in Hounfield und kümmern uns heute um das Windrad Birke. Hounfield, kennen wir ja, ist hier am Anfang das linke Gebiet. Und die Windmühle befindet sich auch etwas oberhalb der Mitte und auch Richtung linken Kartenrand. So, so sieht es hier aus. Da ist das Windrad. Ich würde sagen, los geht's! Wir müssen hier erstmal, zack, einfach ganz entspannt hochspringen und warten, dass der Kollege von einem Stein hier rüberkommt. Hängen uns hier dran und springen nach hinten gegen den nächsten Stein, der gerade ziemlich dumm läuft. So, jetzt müssen wir rüberkommen. Zack! So, jetzt warten wir bis er ganz oben ist und springen dann hier rüber an dieses, ja, auf diese Bretter, auf diesen Vorsprung, wie auch immer. Und dann gehen wir überliegen, zack, auf den nächsten Vorsprung, die Leiter hoch. Und schon können wir hier ganz einfach das Windrad aktivieren. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal.